Mein Name ist Robert Franz. Ich sitze da bei mir, nehme meinen Mammutbaum und drehe ein neues Video. Auch etwas, was eigentlich verboten ist. Robert Franz macht immer nur verbotene Sachen. Robert Franz ist kein braver Junge. Er greift die Pharma an, greift die Ärzte an, greift die Apotheker an. Okay, ich habe gesehen, sie wollen mir verbieten, im menschlichen Bereich zu helfen. Da muss ich mir auf Tiere fokussieren. Es sind manche Tiere, die haben richtig Probleme mit den Augen. Und was habe ich dann gemacht? Mein neuer Augentropfen für Kobold-Makis. Wow! Augentropfen mit N-Acetyl-Kanostin für Kobold-Makis. Wo leben die in Österreich? Deutschland? Nein, in Madagaskar eben. Wenn ihr so eine Kobold-Makke habt oder Besitzer einer Kobold-Makke seid, würde ich die Tropfen empfehlen. Die Kobold-Makis haben Probleme durch Dunkelheit, sehen halt nicht gut. Und durch diese Tropfen stelle ich mir vor, dass ich bei den Kobold-Makis die Sehkraft verbessere. Ich würde täglich zweimal einen Tropfen, in jedes Auge des Kobold-Makis tropfen. Die Tropfen, weil sie, ich weiß, vielleicht wärmeempfindlich sind. Kühlschrank habe ich ja nicht im Dschungel. Da würde ich es schön beim Baum, bei den Wurzeln und die Tropfen einfach hinlegen, damit es schön kühl bleiben. Und das sind fünf kleine Fläsche nach fünf Milliliter. Da kannst du einen Kobold-Makke lange in den Augen Tropfen bekommen. Und wahrscheinlich wird er auch in der Dunkelheit gut sehen und kann sich von seinen Feinden verteidigen. Genau, wie die Pharmaindustrie mich nicht angreift, aber wahrscheinlich jetzt wird er langsam die Linse trüb. Ich weiß nicht, ob es grauer Stahl oder was, aber wäre ein Ratschlag von mir, mal, ich weiß, ein paar Tropfen vor Robert Franz in ihre Augen zu tropfen. Den Typen von der Pharma, die schon alles ganz verschleiert sind, die nur Gewinne und Profite sehen und Menschen sterben. Sowas finde ich unverschämt. Und egal, auch wenn die ganze Welt zuschaut, ich werde der Einzige, der sagt noch immer, nein, wir Menschen, wir brauchen keine Pharmaindustrie. Wir Menschen, wir brauchen keine Pharma-Drogen. Wir müssen nicht abhängig gemacht werden von Pharmamitteln. Aber, so wie gesagt, ich kann nur Menschen aufklären, entscheiden müsst ihr selber. Aber, ich freue mich, dass ich wieder sozusagen, wie sagen sie, Robert Franz hat ein Schlupfloch gefunden in unserem System. Mann, ich brauche von euch kein Schlupfloch. Ich gehe durch die Ziegelsteine durch. Schlupfloch habe ich vielleicht gefunden für die Menschen, dass den Menschen auch geholfen wird. Mit meinem B-Komplex, mit meinem Koloidal-Silber, mit meiner Natokinase. Habt ihr wohl gedacht? Glaubt ihr, ich brauche Schlupfloche? Darum stehe ich da, darum führe ich Prozesse. Darum ignoriere ich euch. Darum stelle ich euch offen, dass die Menschen seht, was für Gauner ihr seid. Eben. Das Leben läuft weiter, so dass Robert Franz ist noch immer da. Es sind schon sechs, sieben Jahre vergangen. Dreckigkeiten werden immer weniger. In der Krone-Zeitung ganz tolle Werbung. Wow, das Knochenstarke Vitamin D3 und das Knochenstarke Vitamin K2. Robert Franz hat es geschafft, dass die Krone-Zeitung jetzt Werbung macht, für Sachen, die Österreich niemals gemacht hätte. Wie viele Menschen leben richtig da? Wie viele Menschen sind auf dem Spiel? Es sind in Österreich acht Millionen. Weltweit sind viel mehr, so dass aus die Maus. Ihr haltet uns nicht mehr in der Dunkelheit. Die Zeit der Unterjurgen ist vorbei. Wir Menschen sind Lichtwesen. Und einer muss das Licht anknipsen und das bin ich. Licht an, Spot auf. Bis zum nächsten Mal. Davon. Wir gehen. Wir sehen uns Kendur. contributedingt als Sie quietly. Das ist ein hilfestes. E Jim... Wir sehen. iv das CPU. Untertitelung des ZDF, 2020